So, meine lieben Podcast-Zuhörer oder auch Zuschauer hier auf YouTube, auch nicht wundern, warum ich jetzt hier ein Mikrofon in der Hand habe. Es wurde mir erst just zu Ostern geschenkt, weil wir doch so viel unterwegs sind und manchmal die Tonkulisse nicht ganz so stimmt, kann man jetzt quasi hier dieses Mikrofon, also die Funkstrecke hier benutzen, kommt hier dieser Wind- und Popschutz oben drauf oder wie sich das nennt, oder Windschutz. Und zack, kann man sich hier gescheit rekorden, ja, rekorden, rekorden. So, hallo in die neue Woche. Die neue Woche hat gestern schon angekommen. Ja, aber so eine Feiertagskonstellation sagt für mich immer, es ist erst dann die neue Woche, wenn dann der Feiertag geschehen ist und das ist jetzt der Fall. Heute ist Dienstag, der 2. April. Kein April-Scherz. Wir hoffen doch inständig, dass euer Ostern schön war, dass ihr die Zeit schön mit euren Liebsten verbracht habt, sofern ihr dieses Fest überhaupt begeht, weil wir hatten ja auch die letzte Woche das Thema über Ostern generell. Aber unsere Osterwoche war anstrengend, oder, Schatz? Also, wir haben schon anstrengende Wochen hinter uns, auch die letzten Jahre, bla, bla, bla. Wir hatten ja immer was zu feiern, immer was zu planen, immer hier, immer da. Aber diese Woche, die war besonders, keine Ahnung, ja. Da war besonders wenig geschlafen und wir hatten viel zu tun einfach. Ja, nicht nur die Vorbereitungen selbst für das Fest, weil wir hatten ja zu einem ihren Part der Familie eingeladen, dann mein Part, der war gestern da, der Familie. Also, Speyer und Umgebung, Hassloch und Co., wo sie aus allen Windesrichtungen herkommen. Und da war doch einiges zu planen, vor allem für die, die es auf Instagram verfolgt haben oder auf Facebook. Da ist dann, sich auch auf dem Blog anschauen, auf dem Bigli-Blog. Also, es gab eine Schnitzelplatte. Ich habe erst gehadert, was die Kilos angeht, was das Fleisch angeht. Wir haben Hähnschnitzel gemacht, also nicht traditionell, aber es ist die Tradition, die ich übernommen habe von meiner Mama. Die hat immer so lecker Schnitzel gemacht. Und dann habe ich das Zepter an mich gerissen, genau wie dieses Mikrofon hier in der Hand. Und bin jetzt quasi der Schnitzelbeauftragte der Familie. Ich hatte erst fünf Packungen Schnitzel geholt, das waren entweder 500 oder 600 Gramm Packungen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und die Jenga hat gesagt, komm, hol nochmal zwei Packungen, drei Packungen. Und es war einfach eine massive Platte. Ich kenne das Phänomen von Leuten, die viel essen, aber gefühlt immer denken, sie essen voll wenig. Also, ich kenne von den Leuten drei, auf jeden Fall, die mir spontan einfallen, die immer wenig kaufen wollen, aber dann schon alleine die Hälfte von dem Essen, was sie gekauft haben. Und ich bin halt jemand, der halt immer zu viel kauft. Also, ich bin wirklich jemand, der anstatt, dass es reicht, die Hälfte nochmal mehr kauft. Und dann bleibt immer was übrig. Und über mich meckern die Leute immer, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Aber ganz ehrlich, gestern ist nichts übrig geblieben. Naja, gut, du hast mir noch einen Schnitzel ergattert, als der Rest der Familie sich noch bedient hatte am Buffet, sage ich mal. Aber dieses eine Schnitzel war fantastisch, das war schön, Krustikrock. Und auch niemals einen Fehler machen, das ist ein Lifehack von mir. Macht niemals, also nicht nur Schnitzel, sondern auch generell Fleisch. Also, wenn es ein Gulasch ist, könnte es funktionieren, aber macht Fleisch niemals in der Mikrowelle warm. Dann esst lieber kalt, dann macht ihr eine Pfanne warm mit frischem Öl oder Fett, wie auch immer. Aber niemals einen Schnitzel in die Mikrowelle hauen, weil das funktioniert nicht. Das Fleisch schmeckt dann nicht mehr. Oder auch die Panade, das Fett, was ich schon eingesaugt habe, es schmeckt einfach nicht original. Auf jeden Fall habe ich mir dann so, das letzte Schnitzel, was sie mir gerettet hat, habe ich mir dann quasi ein Schnitzelsandwich gemacht. Schön zwei Toastscheiben, zack, dazwischen noch ein bisschen Ketchup und ab dafür. Aber was auch mega lecker war, das Gratin, was meine Schwester gemacht hatte, vier Kilogramm netto Kartoffeln. Das heißt, geschält und gejobbt quasi für das Gratin über vier Kilogramm und haltet euch fest, wenn ihr nicht angeschnallt seid. Einmal anschnallen bitte, zwei Liter Rahm, wie sie gesagt hat, zwei Liter Sahne. Das Rezept ist mega easy, Knoblauch, dies, das, Pfeffer, Salz. Wer braucht es eigentlich nicht für das Rezept aus dem Thermomix? Ja, aber sie hatte mir mal gesagt, wenn ich mich enttäuscht, dass sie das Rezept vom Thermomix übernommen hat. Ach so, okay. Ja, weil sie hat ja auch dann die Küchenmaschine mit dem Pila Wheeler, was weiß ich, oder Laui, Baui, keine Ahnung, diese ganzen Fancy Namen. Ja, deine Schwester hat den Bosch Optiwell. Ach, der Bosch Optiwell, jetzt sind wir im Thema. Genau, also soviel dazu zum Essen, es gab noch Lika Saletsche von der Tante. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist das jetzt schon? Keine Ahnung, das ist einfach hier voll reingeslidet in diese Osterrecap. Ich bin mir das dann jetzt alles raus, oder? Nein, das bleibt drin im Podcast. Das hat doch jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun. Wir haben nur gar nicht gesagt, was das Thema sein soll. Das Thema, meine lieben Liebenden, soll sein, das Thema oder das Wort Nein, dass das Nein was Positives sein kann oder durchaus positiv ist und was du mit dem Nein anfangen kannst. Aber Moment mal, du hättest mir Off-Cam gesagt, dass du mal ein positives Thema hier anstimmen willst. Was hat denn das Nein? Nein? Aber wie baust du das ganze Thema auf, ohne erstmal ins Negative zu gehen? Weil das Nein durchaus ein positives Wort ist, wenn man einfach lernt, Nein zu sagen. Mach mal, du musst es auch mal differenzieren. Meinst du, wenn du jetzt ein Nein kassierst von deinem Vorgesetzten, wenn du ein Nein kassierst als Kleinkind im Spielwarenladen, im Toys R Us oder was es da so gibt, im Rufo-Kinderladen, Nein, das darfst du nicht bekommen oder darfst du nicht haben oder Nein? Ja, weil dieses Nein... Oder was für ein Nein meinst du? Das, was du jetzt beschreibst, egal wie es ist, es sorgt für Klarheit. Wenn du als Kind am Regal stehst und kriegst Nein für das Spielzeug, dann bekommst du ja meistens nicht nur ein Nein, sondern du bekommst noch eine Information dazu. Entweder jetzt nicht oder heute nicht, das kannst du dir zu Weihnachten wünschen oder oder oder... Brauchst du das? Da ist doch auf jeden Fall Klarheit, dass du das Teil entweder nie bekommst, schminkst dir ab oder finde einen Weg, wie du es bekommst, ohne die Mama oder den Papa zu fragen oder du bekommst eine Information, du kannst es dir zu Weihnachten, Geburtstag, ETC wünschen. Also sorgt doch dieses Nein für Klarheit. Diebstahl ist keine Option, um ein Nein zu drippeln. Ja, weil es gibt ja viele Facetten von einem Nein. Der Chef ist ja wiederum Klarheit, weil dieses Nein sagt dir ja auch irgendwas aus. Ist ja besser wie eine Hinhaltetaktik, eine Mörschentechnik oder angelogen zu werden. Also kann ich das auch mal kurz so sagen, wenn du sagst, was du mir sagen solltest, räum die Spülüberschäde aus oder ich sage Nein, dass du dann die gewisse Klarheit hast, dass ich es nicht mache. Das ist ein Unterschied, weil das muss man nochmal differenzieren, weil es gibt meistens Männer, bin ich jetzt der Meinung, die erstmal zu allem Nein sagen und dann am Ende sowieso Ja sagen. Also dieses Nein ist keine positive Eigenschaft, weil das heißt, dass man immer erstmal alles per System ablehnt, egal um was es geht. Und die Eigenschaft kenne ich tatsächlich nur von Männern, dass die erstmal immer Nein sagen und motzen und am Ende des Tages es sowieso machen. Und das ist einfach nur, ich weiß nicht, also ich bin ja kein Mann, aber vielleicht ist es einfach nur so ein Trommeln. Also dieses Thema Nein ist exklusiv für die Männerwelt gedacht. Nein, weil, ich sage, das ist dann kein positives Nein, aber ansonsten ist es ja häufiger bei Frauen, ich erlebe es häufiger bei Frauen, aber um Gottes Willen, das soll jetzt hier nicht Frauen-Männer differenziert sein. Nein, aber es gibt ja viele Menschen, die einfach nicht Nein sagen können, weil sie Angst haben, dass sie mit dem Nein jemanden verletzen oder keine Diskussion wollen oder sonst was. Und darum soll es ja auch einfach gehen hier in dem Podcast, um den Leuten Mut zu machen, Nein zu sagen, aber auch den Leuten, also den Leuten zu sagen, dass es positiv ist, wenn man ein Nein kassiert, weil dieses Nein immer für Klarheit sorgt. Also ich habe da auch wieder was vorbereitet. Jetzt kommen wieder diese Top-Tipps. Nein, das sind jetzt auch keine Top-Tipps, sondern vielmehr, sage ich mal, so einen roten Faden an die Hand zu bekommen, was man so, was das Thema Nein so alles beinhalten kann. Da wären wir beispielsweise, das hattest du, glaube ich, schon gesagt, Grenzen zu setzen. Die Bedeutung davon, Nein, also in Anführungsstrichen, Nein zu sagen, um persönliche Grenzen zu setzen und Selbstachtung zu wahren. Vielleicht ist es auch so ein Thema, wenn es um Sexualisierung geht, der Frau, das Thema Nein, dass sie halt eben, wenn sie das Ganze nicht will oder gar nicht erleiden will oder möchte, wenn das nicht auf Gegenseitigkeit beruht, ihre Selbstachtung bewahrt, beziehungsweise ganz klar Grenzen aufzusetzen. Also es ist nicht immer nur, ich bekomme jetzt mein Spielzeug nicht, was mit Nein immer so behaftet ist, dass man etwas gerade eben verboten bekommt, sondern es hat viele Facetten, dieses Nein, genau wie der zweite Punkt, bevor du hier dich auch dazu äußerst, Selbstbehauptung. Die Fähigkeit, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und sich nicht übermäßig zu belasten, indem man lernt, Nein zu sagen. Das ist vielleicht auch so ein Thema, was du mitnehmen könntest, weil... Was? Wie sich die Stirn runzelt, weil, da kann ich mich eigentlich auch nicht ausschließen, wir wollen es ja auch oftmals jemandem recht machen, dass ein System funktioniert, dass was weiterläuft, eher mal Ja zu sagen, anstatt zu sagen Nein, bis dahin und nicht weiter, das kannst du selber machen oder frag jemand anderen. Also ich denke schon, dass wir prädestiniert dazu sind, eher zu sagen, komm, dann mache ich es halt eben. Ja, kann sein. Also mir persönlich geht es jetzt eigentlich wirklich um das Nein, weil es einfach so ist, dass... Ja, also wie soll ich sagen, also oftmals haben die Leute ja Angst vor Ablehnung und bei uns im Job ist es ja einfach so, dass man eben oftmals ein Nein kassiert, weil immer dann, wenn man auf Menschen zugeht und sie fragt, ob sie Interesse an etwas haben, ist es jetzt auch total egal, ob es um das Thema Job geht, also Vertriebsstruktur ausbauen oder ob es um das Thema geht, Produkt verkaufen. Fakt ist, ich muss ja egal, wo ich im Vertrieb arbeite oder in welcher Dienstleistung ich arbeite, wo ich im Verkauf tätig bin, muss ich ja aktiv auf Menschen zugehen und werde ja per System einfach auch Neins erhalten, weil Leute einfach keine Interesse an dem Produkt oder an der Dienstleistung haben, die ich zur Verfügung stelle. Und oftmals ist es der Punkt, mit dem Leute nicht umgehen können, weil dieses Nein für sie was mit Ablehnung zu tun hat und Menschen haben ja immer so ein Gefühl, sie wollen zugehörig sein, sie wollen dazugehören und deswegen können sie oftmals mit der Ablehnung nicht umgehen und das ist oftmals der Grund, warum sie in ihrem Job scheitern, weil einfach dieses kleine Wort mit den vier Buchstaben im Weg steht. Und wir wollen einfach mal Mut machen, dass dieses Wort was Schönes sein kann und dass man vor dem Wort keine Angst haben muss und dass man auch froh sein kann, wenn jemand Nein sagt, weil, wie gesagt, man dann einfach Klarheit hat. Und jedes Nein macht einen ja auch stärker. Ja, oder auch wenn man so die Parade gespunnen, jetzt bist du ein Callcenter-Mitarbeiter und würdest jetzt, oder man kennt es ja selber mit einem Mobilfunkanbieter angerufen oder der dein Internet stellt, haben sie Lust, dies und dies, dieses Angebot, keine Ahnung. Stell dir mal vor, dieser Callcenter-Mitarbeiter würde jedes Nein von seinen 100 Kunden, meinetwegen, die er am Tag anrufen muss, persönlich nehmen. Der würde ja nicht mehr glücklich werden in seinem Leben. Es ist nicht immer wirklich das, was Sender, Empfänger, das ganze Thema, und man sollte das halt eben auch nicht überstrapazieren. Weil, Punkt Nummer drei hier auf meinem Tableau, das Selbstwertgefühl, die Verbindung zwischen einem gesunden Selbstwertgefühl und der Fähigkeit Nein zu sagen, um sich vor Ausbeutung oder Missbrauch zu schützen. Also auch das niemals persönlich nehmen. Oder dieses, wie gesagt, das Selbstwertgefühl von der Meinung anderer oder von dem Nein oder Ja abhängig zu machen. Ja, ruckzuck bist du da in der Spirale und ruckzuck bist du da auch in der Rechtfertigungsspirale und kommst da halt eben auch gar nicht mal richtig raus. Dessen muss man sich halt eben auch bewusst sein. Oder auch hier gleich weitergenommen, Punkt Nummer vier, Beziehungsdynamiken. Wie das Austauschen von Nein in zwischenmenschlichen Beziehungen die Qualität der Kommunikation und gegenseitigen Achtung beeinflusst. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, es gibt ja immer diese, ich sage nicht mehr Mädchen, aber so die Mauerblümchen, die dann halt eben alles mit sich machen lassen. Ja, also es ist ein Geben und es ist ein Nehmen. Es ist ein Ab- und Zugeben. Wenn ich jetzt mal speziell bei dem Nein bleibe, dass man einfach im Vertrieb bekommt, dann ist es ja auch, wie gesagt, etwas, was für Klarheit sorgt und es ist aber auch etwas, was sich weiterbringt. Weil, und es ist auch was Schönes und deswegen will ich dazu aufrufen, sagt Nein, weil letzten Endes kostet ihr nur die Zeit und die Nerven von anderen Menschen, wenn ihr einfach eure Meinung nicht sagt. Das kommt ja auch noch mit hinzu. In jeglicher Beziehung. Ich bin immer dankbar dafür, wenn jemand klar mir sagt, was Phase ist, dann weiß ich, was los ist, was abgeht und man kann einfach planen. Ich bin halt ein sehr geplanter, strukturierter Mensch, egal in was. Also jetzt mal ein Beispiel, weg vom Vertrieb. Wenn zum Beispiel, wir sprechen eine Einladung aus zum Geburtstag. Also hier Geburtstagseinladung, mir ist es immer lieber, die Leute sagen, hör zu, ich komme nicht. Oder ich komme, ist mir lieber, dass ich 100 Millionen Jahre drauf warten muss, ob jemand sagt ja oder nein. Weil das kostet, ehrlich gesagt, auch nicht nur meine Zeit, dann nochmal nachzufragen, sondern es kostet auch mein Geld. Ich finde, es hat was mit Respekt zu tun, weil wenn ich davon ausgehe, es kommen 50 Leute und am Ende des Tages kommen nur 40, habe ich für 10 Personen mehr Essen und Getränke da, was bei den heutigen Preisen einfach mal locker bei, keine Ahnung, 100 bis 200 Euro sein können. Dementsprechend ist es für mich einfach respektlos auch, wenn jemand nicht nein sagt. Also das jetzt mal einfach am Beispiel von einem Geburtstag oder so. Aber ja, was jetzt generell auch das Thema Zeit angeht, ist es auch einfach so, dass es einfacher ist, wenn man, keine Ahnung, wenn ich jetzt jemand anspreche oder beziehungsweise mich jemand anspricht, was macht denn ihr gerade da? Wir sind ja gerade wieder gestartet mit unserer vier Tage Wellnesskur, wie ich es immer nenne, für unseren Körper. Dann wird man angesprochen, was macht ihr da und um was geht es da? Dann erklärt man das kurz ein paar Worten. Am besten schicke ich immer das Video, ein Video raus, wo alles erklärt wird. Und ja, dann ist es halt einfacher, jemand sagt, ah nee, du, es ist doch nichts für mich, wie wenn jemand gar nichts sagt, weil dann weiß man einfach nicht, okay, hat derjenige jetzt keine Zeit, hat gerade viel Stress oder was ist jetzt der Grund? Also auch da ist es einfacher, dann ein Ja oder Nein klar zu haben, weil es kostet einfach weniger Zeit. Und das wieder aus dem Aspekt gesehen, wenn jemand aus dem Vertrieb kommt, dann seid froh, wenn ihr das Nein kassiert, weil dann haltet ihr euch mit dieser Person einfach nicht mehr auf. Dann kommt der Nächste weiter, nächster Kunde. Also da braucht man einfach nicht noch Energie rein zu verschwenden. Und das ist ja auch wieder was Positives. Ist ja besser, wie wenn jemand immer sagt, ah, mal gucken, ich muss mal schauen, gerade geht es nicht, mein Kind ist krank. Übermorgen geht es nicht, weil der Hund, der, keine Ahnung, kotzt gerade. Übermorgen geht es nicht, weil meine Blumen sind gerade welk. Also immer diese 100 Millionen Ausreden und das zieht sich dann über eine so lange Zeit. Also es ist einfach Quatsch. Es ist einfach angenehmer zu sagen, hey, nein und fertig. Ja, also wie gesagt, das ist halt eben das liebe Thema. Inwiefern lässt man sich von so einem Nein triggern? Ich meine, wir sind ja alle klein gewesen, groß geworden, haben eine Erziehung genossen oder mal mehr, mal weniger. Aber wie schwer war immer so ein Nein? Oftmals sagt man ja bei Geschwistern oder wenn es mehrere Kinder waren, das hat man halt eben schneller lernen können. Bei Einzelkindern war das halt eben wahrscheinlich eher ein anderes Thema. Ja, aber dennoch, wenn wir alle alt, treten die Adoleszenz ein, werden erwachsen. Und im Endeffekt sind wir ja das, was wir mal waren, wie wir aufgewachsen sind. Und ich finde es halt immer erschreckend, wie krass heutzutage, auch bei erfolgreichen Menschen ein Nein komplett triggern kann. Ja, es gibt ja diese Egomanen, die dann sagen, nein, auch in unserem Umfeld gibt es das. Die ein Nein niemals akzeptieren und halt eben auf ihrer Meinung pochen. Aber auch hier im Punkt Nummer fünf Arbeitsumfeld, was hier auch mal definiert sein kann, die Bedeutung davon im beruflichen Umfeld Nein zu sagen, um Überbelastung zu vermeiden und die eigene Produktivität und Gesundheit zu erhalten. Klar bringt uns ein Nein immer Klarheit, aber hier in dem Fall ist es ja so, einfach noch nicht noch mehr Überstunden machen, nicht noch mehr Arbeit aufhalzen, noch mehr Aktenordner durch, noch mehr Telefonate. Ja, und ruckzuck bist du halt eben auch Thema Burnout, wenn man es so haben will. Aber so weit, wo wir das ganze Thema ja gar nicht spielen, einfach nur insofern, wie kann es halt eben deinen eigenen Erfolg beeinflussen, dass du halt auch weiterkommst mit deinem Nein. Das ist ja das, was die Jenny die ganze Zeit schon sagen möchte oder sagt. Also ich sage mal so, Nein hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, weil man sagt einfache Ja, sage ich mal, in verschiedenen Situationen wie Nein. Weil Nein hat ja immer was damit zu tun, dass das Gegenüber ja wahrscheinlich nicht einfach das Nein oder oftmals das Nein nicht einfach akzeptiert, sondern einfach eine Begründung will, warum Nein. Oder da irgendwo die Diskussion reingeht. Also bequemer ist immer dieses Ja und aus dem Weg gehen. Aber das Ja ist ja was Schönes und was Positives, wenn auch Ja gemeint ist. Weil ich erlebe ganz viele Menschen, die sagen Ja, meinen aber eigentlich Nein. Und das ist dann super nervig, weil am Ende des Tages sind alle nur angepisst auf dieses Ja und haben da keinen Bock drauf, weil es wäre einfach einfacher gewesen zu sagen Nein und gut ist, jeder weiß, woran er ist, wie dieses Ja und dann am Ende des Tages kommt dann sowieso nichts zustande oder da wird ständig abgesagt und sonst was. Also das ist total nervig. Ja, das ist ein guter Punkt. Stell dir mal vor, du hättest nur Ja-Sager um dich herum. Am Ende glaubst du dann wirklich, dass du der Käse bist und der Prinz Pinkeln, was weiß ich. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Es gibt so Leute, die sagen Ja, 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 wir treffen uns. Ja, müssen wir unbedingt machen, wir müssen uns unbedingt treffen, ja. Und letzten Endes kommt dieses Treffen aber in 100 Jahren nicht zustande oder erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später, weil die Person eigentlich in dem Moment, wo sie weiß, ja, schon weiß, sie kann eigentlich nicht. Aber einfach nicht Nein sagen. Ja, um aus der Situation, die Situation so für sich zu klären, das wird dann nicht awkward oder sowas, das wird nicht peinlich oder unangenehm. Nein, da verschiebe ich einfach dieses Nein auf einen anderen Zeitpunkt. Ja, aber super nervig wird es dann natürlich, wenn die Leute dann entweder kurz vor knapp absagen, weil wie gesagt, das kostet dann wiederum uns oder demjenigen seine Zeit, ja. Oder noch schlimmer ist es ja, wenn die Leute gar nicht absagen. Also das ist ja dann schon eine krasse Unverschämtheit einfach. Ja, gar nicht absagen und oder dann eine bessere Gelegenheit am selben Tag, zur selben Zeit hatten oder haben und sich dann halt eben dieser Tätigkeit, ja, hinterhergehen, einhergehen. Ja, also schafft für Klarheit, schafft für ein sauberes Nein. Weil im Endeffekt, es ist ja nicht nur euer Ballast, den ihr loswerden wollt, ihr wollt ja auch Klarheit für den Gegenüber schaffen. Das kann man nicht oft genug sagen. Klar, hier auf dem weiteren Punkt steht ja eine Geschlechterrolle, was so gemeint ist, dass Frauen es in der Regel, also insbesondere Frauen, die oft dazu erzogen werden, sich eher passiv zu verhalten und eher das Ganze zu ertragen. Ich weiß nicht, ich bin, klar, ich habe noch zwei Brüder, aber ich sage mal so, die Familie ist schon frauendominiert. Also ich bin mit Frauen aufgewachsen. Und es waren immer schon starke Frauen. Also ich kann es so nicht behaupten, dass da irgendwelche Personen dabei waren, die jetzt bücklings zu einem Ja gesagt haben. Ne, da waren schon starke Charaktere dabei oder nach wie vor. Ja, keine Ahnung, hast du da irgendeine Erfahrung, dass du sagst, ey, ich bin eine Frau und ich muss irgendwo reinpassen? Nicht wegen einer Frau, aber klar bei uns. Also ich sage mal so, ich kenne auch beide Seiten. Also meine, ja wohl, meine Mutter, ich verlege gerade, die kann auf jeden Fall Nein sagen, also das ist gar kein Thema. Aber wie? Ja, sagt mehr Nein wie Ja, aber meine Oma zum Beispiel war jemand, die konnte auch Nein sagen, definitiv, aber der ist es schon schwerer gefallen. Und wenn ich mich an früher erinnere, sogar sehr schwer. Und ich war auch jemand, der lange gebraucht hat, Nein zu sagen. Aber das heißt nicht, dass wir Ja gesagt haben, uns nicht gemacht haben und nicht zuverlässig waren, sondern nein, das war genau das Gegenteil. Im Prinzip hat man zu allem Ja gesagt und hat auch versucht, jedem gerecht zu werden. Und das ist dann noch schlimmer, weil man macht Dinge, um anderen Leuten stets und ständig einen Gefallen zu tun, obwohl man eigentlich dafür gar keine Zeit hat, obwohl man eigentlich das gar nicht will, obwohl man eigentlich gar keine Lust darauf hat. und das ist natürlich ganz schlimm, weil man vergisst sich selbst daran. Also man lebt immer nur für andere, man opfert sich immer nur auf und das ist natürlich schwierig. Und ich sage mal so, das war ein Prozess, das musste ich erst lernen. Ich bin aber auch der Meinung, dass meine Oma das später so ein bisschen wenigstens gelernt hat, Nein zu sagen und zu sagen, nee, sie hat keine Zeit oder sie kann nicht. Also das konnte die später auch richtig gut. Aber es war so ein Prozess, den man lernen musste. Also früher habe ich das so gekannt, dass man einfach irgendwie immer Ja sagt. Also hier backst du mal einen Kuchen, Ja, 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 immer Ja. Und letzten Endes kostet es ja, sage ich mal, ja, meine Zeit, mein Geld, meine Nerven. Und machst du Punkt dann auf? Ja, ist halt einfach so. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, da muss man halt auch wirklich wissen, hat man da jetzt Lust drauf? Also gerade beim Backen ist zum Beispiel bei mir so ein Punkt, meine Mutter ist ja jemand, die beckt ja so 1A Paprika und die selbst aber sagt entweder ja, sie hat Zeit oder nein, sie hat keinen Puffer und macht es dann auch wirklich nicht, weil sie dann halt auch, wie gesagt, einfach keine Zeit hat und halt auch keine schlechte Arbeit, sage ich mal, abliefern will. Bei mir ist es so, also ich sage auch nicht immer Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Backen ist für mich so ein Hobby, also mir macht Backen Spaß und ich mache das total gerne, aber ich mache es halt auch nur gerne, wenn ich es aus freien Stücken mache, weil ich da jetzt Bock drauf habe, weil ich es will und auch das back, was ich will. Also dieses Auftragsbacken, so erkanntest du mir mal das und das backen, das kann ich gar nicht ausstehen, weil meistens ist es so, dass man dann vielleicht gerade nicht so die Zeit hat, das hat nicht mal was mit Lust zu tun, aber vielleicht passt es einfach gerade nicht, weil man super viel zu tun hat, man quetscht es so rein und dann wird es nicht so, wie man es will und dann ärgert es einen erst richtig. Also das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, ja, also ich war das schon vorher nicht gewohnt. Oder zum Beispiel, ach, banale Dinge, also irgendwie, also als Kind war ich da total schlimm, ich konnte gar nicht Nein sagen, ich habe mir eigentlich auch wirklich fast alles gefallen lassen, was natürlich super nervig war, also ich erinnere mich an die Situation, als die Jessie das erste Mal bei uns zu Hause war, also man muss sagen, die Jessie und ich kennen uns ja schon 35 Jahre und wir waren zusammen im Ballett, obwohl wir auch zusammen in der Grundschule waren, aber wir kannten uns schon vor der Schule, weil wir zusammen im Ballett waren und dann kam die halt einen Mittag mit zu mir und das Ding ist, ich habe halt nie in meinem Zimmer gespielt, ich habe immer unten im Wohnzimmer gespielt, aber sie wollte, dass wir im Zimmer spielen. Auf jeden Fall hatte ich halt super viele Barbie-Klamotten, die hat die auf dem Boden ausgeleert, hat sich alle schönen Klamotten genommen und alle... Die schönsten Klamotten genommen? Ja, und alle, die zerrissen waren und kaputt, hat sie mir hingeschoben und hat gesagt, das sind meine und das sind deine. Und das wäre eigentlich der Punkt, wo man dann sagt, ey, geht es dir noch zu gut, das sind alles meine und wir können gemeinsam mit allem spielen, aber nett, das sind meine und deine. Aber ich war einfach als Kind viel zu schüchtern, um zu sagen, nein oder sonst was, habe mir innerlich gedacht, was für eine blöde Kuh, hoffentlich kommt die nicht mehr. Ich wollte auch schon gar nicht, dass die zu mir spielen kommt, aber da habe ich auch schon nicht getraut, mir nein zu sagen, weil ich war ein super schüchternes Kind und die Jessie war super vorlaut. Das glaubt man auch heute nicht mehr, wenn man uns beide kennt, aber die Jessie war echt super vorlaut, hat sich auf den Pausenhof geschlagen, später auch. Ja, und ich war das halt, ich war halt Kinder gar nicht gewohnt, weil ich nur unter Erwachsenen mehr oder weniger groß geworden bin und mir war die eigentlich zu plump, zu frech. Aber ich habe mich auch als Kind nicht getraut zu sagen, nein. Also ich habe überhaupt nicht getraut, mir nein zu sagen und deswegen finde ich das wirklich super wichtig, dass man das den Kindern auch gleich beibringt, was ein Nein bedeutet. Ich weiß nicht, ob das dann auch jetzt so gut da reinpasst, Kompromisse einzugehen, Verhandlungen und Kompromisse, die Balance zwischen dem Sagen von Nein und dem Finden von Kompromissen in verschiedenen Situationen, um harmonische Beziehungen aufrecht zu erhalten. Ich denke mal, das ist auch das, was eine zwischenmenschliche Beziehung ja auch ausmacht. Klar, es gibt immer mal diese Beispiele, wo du echt diese Egomanten hast, die wirklich nur sich sehen. Es gibt ja eine Menge Beispiele auf YouTube, die man sich anschauen kann, oder wirklich auch so narzisstische Menschentypen mit ihrem Nein beziehungsweise einfach nur auf ihrem Ja abkochen. Ja, aber ich denke, das umschreibt es ja auch ganz gut. Ja, aber vor allem habe ich auch vielleicht ein kleines Beispiel aus der Jugend, aus dem Kindergarten. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Im Kindergarten, da war so ein Fest. Ich weiß mal was, vielleicht war das ein, keine Ahnung, Sommerfest oder Herbstfest, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich da so eine Watschelente zum Ziehen. So eine Ente zum Ziehen konnte man so in Gelb mit einer orangenen Schnauze, was weiß ich. Und ein Kind wollte die halt eben. Im Kindergarten. Im Kindergarten, ja. Das Kind wollte mir dann das Teil abnehmen und das mit dem Thema Nein oder das zu verweigern oder auch jetzt dann zu sagen, ich gebe das nicht, habe ich es halt eben freiwillig hergegeben. Der älteste Bruder sagt dann zu mir, ging ja dann nur der älteste, weil der Ratin war ja dann, ich glaube, zwei Jahre älter und dann dementsprechend auch noch im Kindergarten. Da gibt er mal eine. Da bin ich hin, habe das Kind eine gegeben und hat mir das Spielzeug zurückgeholt. Das war dann das Nein. Ja. Also bis dahin nicht weiter. Das war schon, also das beste Beispiel, aber so eine kleine Anekdote. Aber das war ja gut, weil ich zum Beispiel habe im Kindergarten ein Goldarmband gehabt von meiner Oma aus Malaysia, also so ein typisch chinesisches Goldarmband mit so Glöckchen dran und mit so chinesischen Zeichen. Das hat man halt an bei uns, als Fußband oder als Armband. Und ich hatte sowas als Kind und ich habe mir das dann im Kindergarten abnehmen lassen von einem Kind und meine Mutter hat mich dann abgeholt und hat dann zu Hause gemerkt, dass die Glöckchen nicht mehr klingeln und hat gefragt, wo ist dein Armband? Warte, ich meine, es war echt Gold, ne? Und ich habe dann, ja, habe ich so, ja, keine Ahnung, hat irgendjemand genommen und meine Mutter hat es dann auch zurückgeholt, ne? Aber letzten Endes hätte ich lieber halt so reagiert. Klar. Wie du, ne? Aber wie gesagt, man muss ja immer die körperliche Auseinandersetzung suchen. Aber so war wahrscheinlich dann auch der erste Umgang. Grenzen aufzusetzen, ne? Grenzen aufzusetzen bis hierhin nicht weiter. Emotionale Gesundheit, die Auswirkungen von übermäßigen Ja sagen und der Unfähigkeit Nein zu sagen auf die emotionale Gesundheit und das Wohlbefinden. Ja, das Thema immer alles zu schlucken, alles hinzunehmen, das Mauerblümchen zu sein oder das ist ja nicht immer nur speziell auch die Frau gemützte Mann kann das ja auch, kann das ja auch sein halt eben, ne? Je nachdem, wie er aufgewachsen ist, das ist nicht immer alles dann, auch wenn das ein Thema ist, dass es geschlechtsspezifisch sein kann, denke ich doch, dass es auch vor allem im Berufsleben nochmal enorm dazu beitragen kann, wenn du da unterscheiden kannst, wie das Nein jetzt zu werten ist. Ja. Ja, klar, wir sind jetzt hier im Vertrieb und sowas, aber es schafft es ja doch ein bisschen anders. Ja. Und du musst halt eben öfters dieses Nein dir anhören oder was weiß ich, noch ein paar andere Sachen, aber wie gesagt, würde ich hier alles auf die Goldbarge legen, dann könnte ich mich einweisen gehen. Aber da ist ein Nein halt immer gut, weil es bringt dich immer wieder näher ans nächste Jahr. Wie gesagt, es ist einfacher, Nein zu kassieren, direkt das Nein zu wissen und dann weiß man, woran man ist, wie das man da ewig rummacht und keine Ahnung, das nervt mich eh, so dieses ewige Tralala. Für was? Das kostet einfach nur Zeit. Ja, und dann auch das Thema, was einhergeht, ist ja dann, mit diesem Nein umzugehen, aber auch die entsprechende Selbstreflexion daraus. Die Bedeutung davon, sich selbst zu reflektieren und zu erkennen, wann es angemessen ist, Nein zu sagen und wann es besser ist, zuzustimmen. Ja, also auch nicht einfach alles über den Kamm zu scheren und einfach per System zu sagen, Nein und Ja und wie auch immer, sondern wirklich schon von Kindesbeinen auf, wie du es gesagt hast, zu lernen, wie ist es zu unterscheiden, wie ist es zu differenzieren und vor allem vielleicht auch mal ein taktisches Ja, ein taktisches Nein. Ich sage mal auch, wichtig ist ja zu wissen, dass dieses Nein nie was mit einem persönlich zu tun hat. Also es ist ja nicht so, dass ich Nein sage und lehne diese Person ab, ja, oder, oder, oder. Aber das ist ja der springende Punkt, weil die Leute damit nicht umgehen können, nehmen die alles fucking persönlich. Aber das Ding ist ja, wenn mich einer anspricht und sagt, ey, willst du, keine Ahnung, bei mir eine Versicherung abschließen und ich sage, nein, dann sage ich ja nicht, nee, du bist ein Arschloch zum Beispiel, ja, ich habe keinen Bock auf dich, sondern ich sage einfach, nein, ich brauche keine Versicherung. Also es geht ja um die Sache und nicht um dich als Person und das muss man halt auch differenzieren, dass man das nicht persönlich nimmt oder wenn jemand zu einer Einladung Nein sagt, dann hat das was damit zu tun, dass derjenige keine Zeit wahrscheinlich an dem Tag hat, weil er was anderes vorhat oder keine Ahnung, irgendwie verhindert, es muss arbeiten, kindeskrank, sonst irgendetwas, ja, gut, kindeskrank kann man vorher nicht wissen, aber wie gesagt, das hat ja nichts damit zu tun, dass derjenige Nein sagt, weil er dich nicht leiden kann, also da muss man auch immer differenzieren, wenn jemand nicht direkt ins Gesicht sagt, ich kann dich nicht leiden, du bist für mich nichts, dann hat es mit einem persönlich nichts zu tun und selbst wenn jemand den Arsch in der Hose hat, dann muss er erst mal jemand finden, der wirklich den Arsch in der Hose hat zu sagen, ey, ich kann dich nicht leiden, lass mir meine Ruhe, keine Ahnung, aber selbst das ist ja auch wieder gut, weil dann weißt du einfach, okay, der Typ ist nicht meine Person, mein Mensch, nicht meine Person, mit der ich was zu tun habe und tschüss, weiter geht's. Das ist aber auch, das ist ein Riesenproblem, dass man immer, also ich habe da keine Zahlen dazu, jedes Mal zu sagen, immer oder was ist normal, aber de facto ist es so, wie es mir vorkommt, man will ja immer jemandem gefallen, man will ja positiv sein, man will ja nicht anecken, man will ja wie der Schoßhund sein, zu allem freundlich, zu allem Ja, zu allem Amen, man will gut ankommen, das ist halt ein Riesenproblem, weshalb dann so ein Nein, auch falsch verstanden werden kann. Du hast ja gerade eben auch nochmal auf den Punkt gebracht. Aber auch, was immer wieder zu sagen ist, Thema Selbstwertgefühl. Also ich brauche jetzt nicht jemanden, von jedem die Bestätigung, wie toll ich bin. Aus diesen Schulen muss man auch mal rauswachsen. Klar, wenn du ein Jugendlicher bist, in der Pubertät, und du suchst deinen Weg und keine Ahnung, versuchst deinen Weg zu finden, in die Gesellschaft, ob du reinpasst oder nicht, dann hörst du auf jeden Scheiß und willst gefallen und was weiß ich nicht und verstrickst dich wahrscheinlich dann auch in solchen Sachen, auch wenn du eine Ausbildung anfängst und besonders gut gefallen willst, du bist in der Probezeit, du willst weiterkommen, du willst die dreieinhalb Jahre fertig machen, da sagst du zu allem Ja, Aber dieses Ja führt dich dann halt eben zu deinem eigenen Nein. Im Endeffekt, zu allem, was du Ja sagst, sagst du Nein zu dir eigentlich. Das kann man eigentlich so festhalten. Ja, und wie gesagt, man muss es niemandem recht machen und man muss sich auch nicht immer aufopfern für andere und der gefallen, die gefallen. Ich meine natürlich, um Gottes Willen, sage ich mal so, es gibt, ja, es gibt natürlich trotzdem auch Dinge, die macht man halt, weil man sie gern macht, auch wenn man jetzt keinen Bock drauf hat, also oder keine Zeit auch hat. Es kommt natürlich immer drauf an, um wen geht es, um welche Person geht es, in welcher Beziehung steht man zu der Person. Also ich meine, klar, weiß ich nicht. Zum Beispiel, jetzt, wenn es um uns geht, wenn man in der Ehe ist, ja, dann hat man bestimmt auch nicht immer Bock drauf, weiß ich jetzt nicht, zu essen, zu kochen. Aber nichtsdestotrotz kann man ja nicht. Jetzt wird es ja ganz schön konkret hier. Hast du kein Lust zu kochen her? Also ich habe Lust zu kochen, weil ich halt gerne koche, aber ich kenne super viele Leute, die haben nicht immer Bock, oder die haben gar nicht, keine Lust zu kochen, weil sie halt nicht gern kochen. Aber man kann halt nicht, äh, 365 Tage Essen bestellen, also irgendwie muss man ja dann einen Kompromiss finden, oder man macht es halt einfach gerne, weil derjenige es halt mag, ne? Oder zum Beispiel, das sind ja banale Dinge, zum Beispiel Essen, ne? Also ich zum Beispiel, äh, keine Ahnung, esse nicht gern Zwiebeln, oder ich esse nicht gern Burger, aber Doma isst halt gern Burger, und dann gibt es natürlich Momente, in denen sage ich dann, ja, komm, mach Burger, ich meine, um Gottes Willen, das gibt es vielleicht zweimal im Jahr, ne? Du hast mich immer angelogen, du magst eigentlich gar keine Burger. Wenn ich drüber stehe, dann essen wir halt mal Burger. Genauso mag der Doma überhaupt kein Raclette, aber ich esse halt super gerne Raclette, ne? Deswegen gibt es jetzt bei uns im Winter aber auch nicht jede Woche Raclette, aber so einmal im Jahr gibt es schon Raclette, also da gesteht er sich das ein, obwohl er sich dann immer noch mal was anderes zu essen mit dazu macht. Ich mache mich da schon unbeliebt. Raclette ist furchtbar. Ja, aber das sind halt so Dinge, bei uns sagt man der Pfalz, da muss man ab und zu gewöhnen. Warum sagt man das auch gerne in unserem Umfeld hier? Ich habe hier eben noch was gelesen. Also das Thema Selbstwertgefühl und Nein haben wir ja vieles, ne? Das hat eben schon gesagt und gehört. Persönliche Grenzen, kognitive Verzehrung, finde ich hier ein sehr gutes, sehr guten Punkt noch. Die kognitive Verzehrung, also hier oben in deinem Hirnkasten. Die Identifizierung und Überwindung von kognitiven Verzehrungen, die dazu neigen, ein Nein als persönlicher Angriff oder Zurückweisung zu interpretieren, anstatt es objektiv zu betrachten. Das ist halt eben genau das, was es alles auf den Punkt bringt, bloß halt eben schön ausgedrückt. Meiner Wege ist, das Ganze zu betrachten wie ein neutraler Betrachter. Also du sollst ja nicht aus dir rausgehen und sagen, ey, jetzt steht hier rechts der andere Dommer und was weiß ich oder die andere Jenny oder XYZ, sondern einfach das mal mit Abstand zu betrachten. Wobei ich auch noch diesen Punkt hier anführen will, die Entwicklung von Resilienz. Aber erstmal, was ist Resilienz überhaupt? Ja, die Fähigkeit eines Menschen, sich schwierigen Lebensumständen anzupassen, Krisen zu überwinden, sich von Rückträgen zu erholen und sogar durch diese zu wachsen. Aber was hat das mit dem ganzen Thema Nein zu tun? Die Entwicklung von Resilienz ist gegenüber Ablehnung und Enttäuschung, indem man lernt, mit einem Nein umzugehen, ohne das Selbstwertgefühl zu beeinträchtigen oder sich persönlich angegriffen zu fühlen. Ich denke mal, das ist die Masterclass. Wieder so ein Scheißwort, Masterclass. Aber genau das ist es ja. Aus den Kinderschuhen herauszuwachsen und das Nein halt eben so akzeptieren. Völlig wertungsfrei. Ich meine, man regt sich auch nicht jeden Tag über das schlechte Wetter auf. Das nimmt man auch manchmal so hin. Natürlich bin ich wahrscheinlich Sonnenschein und was weiß ich nicht. angenehme 25 Grad. Aber es ist, wie es halt eben ist. Resilienz. Was klickst du die ganze Zeit da rum? Ich will auch mal so schlaue Sachen hier vorlesen. Dann lest du mal was vor. Hast du was gefunden? Was passendes? Ja. Wieso habe ich überall Hundehaare? Weil mein Hund haben. Der akzeptiert das Nein auch nicht immer. Das ist halt einfach abwägen. Also immer Nein sagen kann man auch nicht, aber man sollte Nein sagen, wenn man selber wirklich keine Zeit hat, keine Lust hat, bevor man sich mega aufreibt. Ich meine, natürlich ist es halt auch die Sache, also ich bin ja kein Freund davon, von diesem hundertprozentigen Aufwiegen von Dingen. Also das ist ja oftmals so in der deutschen Gesellschaft gerne so, dass man wirklich so eins zu eins versucht, alles zurückzugeben, was ja auch nicht immer was Schlechtes ist um Gottes Willen. Also man will nichts schuldig sein, deswegen, der hat mir das gemacht, dann mache ich das. Also so immer dieses Geben und Nehmen, das muss aber immer so super korrekt sein. Das ist krass. Ich muss es nehmen. Also wirklich so. Das Selbstlose fehlt. Ich sage mal so, so bin ich gar nicht. Ich lebe nach dem Motto the more you give, the more you get. Das heißt, je mehr ich gebe, desto mehr werde ich zurückbekommen, aber eben von anderer Stelle. Das heißt aber auch nicht, dass man sich ausnutzen lassen sollte und ausnutzen, wie sagt man? Lassen muss. Lassen muss, genau. Also das heißt einfach, man muss für sich wissen, wo ist es angebracht zu geben und wo ist es angebracht zu sagen, nein, weil es einfach mich mehr, also, weil ich mich selber vergessen würde, wenn ich das jetzt mache. Sagen wir es mal so. Also, wenn ich jetzt zwingend sage, ja, ich backe jetzt hier einen Kuchen und habe aber wirklich null Zeit, weil ich komplett ausgebucht bin, dann ist es halt mit mir. Ich meine, dann willst du auch ein gutes Ergebnis haben und dann ist es eventuell so, dass dir der Teig nicht gelingt oder was weiß ich, nicht die Verzierung oder das Frosting, irgendwas. was weiß ich, wenn jetzt einer fragt, kannst du mich hier hinfahren oder da abholen, also sind wir ja oftmals die wenigsten Menschen, wo sagen, nee, kann ich nicht, also gucken ja immer, wie man was möglich machen kann, aber wenn es halt einfach nicht geht, weil ich keine Zeit habe oder mein Auto kaputt ist oder sonst was, dann kann ich halt einfach nicht, dann muss ich sagen, sorry, tut mir leid, bei jeder Zeit eigentlich gerne, aber im Moment geht es gerade nicht. Aber das ist auch ein guter Punkt hier, die konstruktive Kommunikation. Die Förderung eines offenen und respektvollen Kommunikationsstils, der es ermöglicht, Nein zu akzeptieren und konstruktiv damit umzugehen, anstatt es persönlich zu nehmen oder in Konflikte zu geraten. Ja, ich meine, da ist ja mancher Leutsch ganze Geschäftsgebaren aufgebaut, indem sie halt eben ihrem Coaching genauso was den Leuten beibringen. Was denn? Damit halt eben umzugehen, die Förderung eines offenen und respektvollen Kommunikationsstils, ja, Hallo zu sagen, Guten Tag zu sagen, sich zu verabschieden, das ist das eine, aber wirklich da reinzugehen, damit machen Leute ihr Geld, ne? Ja, das stimmt. Ja, da kommt, hat wahrscheinlich jeder schon in der eigenen Firma erlebt, je nachdem, wie sie aufgestellt ist, die Firma, da kommt doch irgendein Kommunikationscoach und der wird immer dieses Thema Nein auf Papier haben. Machen wir uns da auch nichts vor. Wie gehst du in den Konflikt rein, Konfliktlösung? Das hat ja alles was auch damit zu tun. Das stimmt. Das ist wirklich auch so ein Punkt, aber ja, man sollte es einfach wirklich schnell lernen, Klarheit zu schaffen. Klarheit zu schaffen ist immer gut und ich sage immer, was man erntet, also was man sieht, das erntet man und im Leben kommt irgendwo an einer Stelle irgendwie immer alles zurück und oftmals erlebe ich Menschen, die beschweren sich über Dinge, aber selbst sind sie diejenigen, die das am meisten fabrizieren. Was mache ich damit? Zum Beispiel, es gibt Menschen, die beschweren sich, dass andere Menschen ihnen stets zuständig absagen und keine Ahnung, aber selber sind es Menschen, die immer wieder absagen oder die ihr Wort nicht halten. Oder manche beschweren sich darüber, dass sie immer angelogen werden, aber letzten Endes sind es selbst die größten Lügner und da sage ich mir halt einfach, ja, aber so wie es halt in den Wald reinschallt, so schallt es halt wieder raus und oftmals muss man sich einfach mal selber reflektieren und muss selber sich mal einen Spiegel vor die Nase halten, wie ist man denn selber unterwegs und deswegen bin ich dafür, Klarheit zu schaffen und ich sage halt lieber direkt meine Meinung, Direktheit hat auch nichts mit Frechsein zu tun, weil oftmals wird es vertauscht, also es gibt Leute, die sind frech, die beleidigen und sonst was und streiten, das muss ja nicht sein, aber man kann trotzdem bestimmt seine Meinung sagen, sagen, nee, du, sorry, mache ich jetzt nicht, kann ich nicht, habe ich keine Zeit, weil ich selber eben auch erwarte, Klarheit zu bekommen und Leute in meinem Umfeld zu haben, die klar kommunizieren, die sagen, was sie wollen oder was nicht, die auch Nein sagen können, ja, und die ehrlich sind, das ist so meine Erwartungshaltung, ob ich es immer bekomme, ist eine andere Sache, sind vielleicht auch so Tasks, die man bekommt zum Lernen einfach, ne, um stärker zu werden, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ich selber immer versuche mich, oder was heißt versuche, ich selber verhalte mich so oder gehe mit Menschen so um, wie ich gerne möchte, dass mit mir umgegangen wird und ich denke, das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt und wenn du nicht Nein sagen kannst, dann werden andere Leute eventuell auch nicht Nein sagen können in Bezug zu dir und du wirst auch immer in der Luft hängen beziehungsweise vielleicht sagen die Leute auch besonders oft Nein zu dir und du findest das eigentlich total unfair, aber traust dich auch wieder nichts zu sagen, weil du nicht in den Konflikt gehen willst, ne, also deswegen, es ist sorgt einfach für Klarheit, dieses Wörtchen Nein, deswegen wollen wir hier einfach Werbung dafür machen, dass man bewusst, getrost, gerne auch mal Nein sagen kann, weil Nein eigentlich positiver ist wie ein Ja, wenn das Ja nicht so gemeint ist, aber auch Werbung dafür machen, dass man es gut, selber gut findet und mit dem Nein gut umgehen kann, weil wie gesagt, das Nein bringt einen immer wieder ein Stück weiter und es kostet einem immer weniger Zeit, wenn jemand Nein sagt, wie wenn jemand einfach nichts sagt oder eben ein Ja sagt, was kein Ja gemeint ist. Genau, sagt öfters mal Nein zum Ja, dann war das jetzt gut, aber wie gesagt, das ist immer ein sehr gutes Beispiel auch, was unseren Job angeht, und man bekommt ja nichts geschenkt, in den wenigsten Fällen in deinem Leben bekommst du was geschenkt, in vielen Fällen musst du dich beweisen und dafür hart arbeiten, das ist halt immer der Trugschluss zu erwarten, jetzt auch bei uns im Endkundengeschäft so, du musst ja irgendwo aktiv Werbung betreiben, egal auf welchem Kanal oder welchem Kanal du nutzt, sei es Social Media, sei es irgendwas über dein Mobiltelefon oder oder, aber immer davon auszugehen, dass alles glatt läuft, man muss halt eben schon sein Glück in die eigene Hand nehmen, du wolltest mal das Laufen lernen, du wolltest mal das Fahrradfahren lernen, also Laufen lernen ist ja eher jetzt nichts Bewusstes, aber Fahrradfahren, Schwimmen, was weiß ich nicht, Führerschein wolltest du machen, aber auf all diesen Wegen dahin kommst du halt um einem Nein nicht herum, das ist der springende Punkt, und wenn du das mal für dich verinnerlicht hast und Begriffe hast, kannst du eigentlich nur gewinnen, vor allem nicht persönlich. Und das ist halt eben aber auch, um Gottes Willen, jetzt reden wir hier immer so geschwollen daher, das ist ja immer so was, woran wir auch, das ist ja nichts Permanentes, ich gehe jetzt nicht jeden Tag dahin und mache mir in zehn Tage, zehn Sätze ein Buch, wo ich was reinschreibe zum Thema Nein, das ist halt immer ein stetiger Prozess, da muss ich halt aber dessen bewusst sein, was wollen wir halt eben auch hier, jetzt wollen wir hier in die Kamera reinspitzen, wir wollen ja ein Bewusstsein dafür schärfen oder auch aufmachen irgendwo, dass es so ein Thema gibt und dass man sich damit halt eben auseinandersetzen sollte, weil du hast noch ein paar Jährchen hier auf dem Planeten, aber wie willst du diese Jährchen noch verbringen? Ja, man sollte halt einfach auch mal drüber nachdenken, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie gesagt, also weil, selbst wenn ihr jetzt so eine Person seid, die immer Ja sagt und meint eigentlich kein Ja und sich dann versucht, irgendwie aus der Situation rauszuwinden und rauszuschlängeln, weil ihr einfach nicht das Selbstbewusstsein habt, in den Konflikt zu gehen, dann tut ihr aber dem, also dann tut ihr nichts Gutes, weil viele denken, viele denken, sie tun was Gutes, indem sie nicht Nein sagen, sie wollen ja niemanden verletzen, aber eigentlich ist es doch viel verletzender, die Zeit von jemand anders zu rauben, jemand anders anzulügen, im schlimmsten Fall, ist doch viel, das ist doch viel verletzlicher, wie einfach Nein zu sagen und das ist einfach so der Punkt, wo man einfach mal für sich im Kopf aufräumen muss und einfach mal sagen muss, okay, es kommt immer darauf an, wie das Wort gemeint ist und wie gesagt, lieber sage ich gleich, sorge ich gleich für Klarheit, sorge dafür, dass die andere Person weiß, woran sie ist, bevor ich mit so einer Hinhaltetaktik arbeite und den anderen nur Zeit und Nerven koste, weil man darf es halt auch nicht falsch wahrnehmen, weil wie gesagt, viele Menschen, die machen das gar nicht aus böser Böswilligkeit, dass die sagen Ja oder nichts sagen, sondern die wollen wirklich einfach nicht den anderen verletzen, also sie denken, die tun was Gutes, aber es ist halt nichts Gutes, es ist halt wirklich genau das Gegenteil, deswegen nehmt lieber mal das Wörtchen Nein in den Mund, aber wie der Dommer gesagt hat, nicht per System, also wie gesagt, ich kenne auch viele, die sagen immer erst Will, Dommer ist manchmal auch so, sagt zu allem erst mal Nein, weil es oftmals, weil es oftmals, ich gehe jetzt nicht hier sofort in die Verteidigung oder sowas, in den Verteidigungsmodus, oftmals unvorbereitet kommt, ohne dass ich mir, also du kannst etwas kommunizieren und sagen, das kann man so oder so machen, du hast Optionen, aber dann immer vollendete Tatsachen serviert zu bekommen, das ist jetzt so, ist halt immer schwierig, vor allem Lust und Laune hat viel was damit zu tun, ob man gewillt ist, einen eher zum Ja oder zum Nein zu tendieren. Ja, aber dann könntest du auch einfach sagen, nicht Nein, sondern ich muss mir Gedanken drüber machen. Ja, aber auch zu sagen, nicht nur Gedanken drüber zu machen, sondern kann ich das später sagen, oder muss das jetzt sein, ist ja eigentlich implizit genau das, was du gerade eben sagst, sag das bloß anders ausgedrückt, sodass ich das schon durchaus so sage, aber es nicht so ankommt. Receiver, also Sender und Empfängermodus, ist nicht immer gleich. Ja, aber ich erlebe das oftmals bei Männern. Bei Männern? Ja, also zum Beispiel mein Opa ist auch so eine Person. Ach komm, der Opa, der hat Teenie-Tusen verstanden und hat eh kaum. Aber früher, bevor dem allem, war der auch so ein Typ, der immer erst mal Nein gesagt hat, bis man es ihm dann irgendwie erklärt hat und keine Ahnung und am Ende war es dann oftmals doch ja. Aber vielleicht genau wurde der Mann einfach zu oft gefragt und hat sich dann zu diesem Nein entwickelt. Das stimmt nicht. Um von vornherein sofort auszuschließen, dass überhaupt seine Mentor gerade benötigt ist. Ich habe die Leute nicht mal eher meine Oma gefragt, weil meine Oma hat eher Ja gesagt. Aha, genau, sie hat Ja gesagt, genau. Quatsch, die war nicht gefragt, aber ich zum Beispiel war genau anders. Ich bin immer zu meinem Opa, weil ich wusste, wenn der Ja sagt, dann kann meine Oma schon immer Nein sagen. Ja, aber siehst du mal, deine Oma wurde voll gequatscht und dann ist sie natürlich zu deinem Opa gegangen und hat ihn dann voll gequatscht. Die hat gar nichts gesagt. Da hat sie gar nichts gesagt, okay. Aber so kann ich mir das gerade eben bildlich vorstellen. Da kommt die Flüsterpost da an, da wird es weiter geflüstert und dann am Ende Ja oder Nein. Also einen vor den Bug geschossen, wie dem auch sei. Manche sind Hardliner. Aber oft sind Männer so, immer erst mal dieses Sohn. Aber meine Mama war auch so, die hat eigentlich, sagen wir mal 90 Prozent, 95 Prozent auch jetzt immer erst Nein gefeuert. Immer erst Nein. Vielleicht habe ich das auch so übernommen. Wir wissen ja das, was unser Umfeld so hergibt. Kann sein. Deswegen Mut zum Ja. Oder Mut zum Nein. Oder Mut zum Nein, genau. Bleibt noch was zu sagen? Nö. Ich gucke hier gerade auf die Liste. Aber das Thema Resilienz wäre auch sowas. Mit schwierigen Lebensumständen umzugehen, sich anzupassen, Rückschläge zu erholen. Ich glaube, das passt auch ganz gut zum Thema. Das bringe ich jetzt hier noch kurz rein. Das hat jetzt wenig was damit zu tun. Mit dem Thema, also hat was jetzt mit Ostern zu tun, was du mir geschenkt hattest, halt eben. Der Stoizismus. Hast du schon reingelesen? Ja, nee, noch gar nicht gelesen. Ich bin ja immer noch richtig schwach. Du bist faul. Umfassende Selbsterkenntnis oder Selbstkenntnis in Stoische Ruhe zu erlangen. Dass du halt eben echt, also ich sage nicht, dass dir nicht alles am Arsch vorbeigeht, sondern halt eben einfach, dass du für dich klar bleibst, dich nicht aufregst und, und, und. Das ist ein ganz tolles Geschenk. Das werde ich lesen, das werde ich aufsaugen. Ich bin gespannt. Das werde ich manifestieren, wie ich mich dann fühlen will in 30 Tagen oder fühlen werde vielmehr. Das hatte das Manifestieren in sich. Ja, da bleibt mir zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, sei es auf Spotify, sei es hier auf YouTube oder, oder. Abonnieren auf jeden Fall. Genau. Nicht so geizig. Abonnieren, liken, kommentieren. Das kommentiert auch echt ganz gerne. Ja, aus der eigenen Erfahrung. Vielleicht habt ihr auch Wünsche und Anregungen für ein Thema. Lasst es uns gerne in der Kommentarsektion wissen oder schreibt uns persönlich an. Unsere Kanäle, Instagram und Co. sind verlinkt in der Beschreibung. Ja, diese Woche kommt noch ein Podcast. Ich glaube, das war jetzt auch nicht allzu lang, was wir hier recordet haben. Ja. Aber es muss nicht immer zwei Stunden gehen. Nein. Bleibt mir gesund. Bleibt mir stabil. Bis dahin. Ciao. Ciao.